Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt kann man aufhören mit schleichen. So. Ja, wie gesagt, ne? Ja, hier, das hat man ja schon mal... Im Laufe des Spiels finden Sie Beweise. Ja, deine Mutter findet Beweise. Entfernen Sie diese, um Wertungspunkte und Instinkt zu erhalten. In der Verkleidung als Anwesendwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Anwesenwachen Sie durchschauen, wenn Sie Ihnen zu nahe kommen. Ja, ja, deine Mutter. Also wahren Sie besser Distanz. So. Wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Das ist ein netter Geschleid. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Okay, Schlüsselkarte beschaffen. Hm. Was ist denn das so kleppos Sutt? Hey, mir kannst du's doch sagen. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Er hat sich vom Meister an seinen Schüler weitergegeben. Ich werde die geheime Zutaten ins Grab nehmen, Mister. Ja, verpiss dich jetzt. Aha. Das ist Salz. Nein, 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 wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, und das können Sie mir glauben, bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Sie würden Zucker sogar in die Luft blasen, damit jeder Atemzug schmeckt wie ein Lolli. Und Sie maßen sich an, Mutmaßungen über meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Salz. Schämen Sie sich, Sir. Schämen Sie sich. Und jetzt raus hier. Ist ja gut. Beruhigen Sie sich. Husch. Ich hab doch nur gefragt. Mann, kriegen Sie sich mal wieder ein. Ja, verpiss dich jetzt. Raus, hab ich gesagt. Bewachen Sie ein Tor oder schießen Sie auf Bierdosen, Sie Dummkopf. Was haben wir denn hier? So, hier kann man kurz betreten. Hier ziehe mich jede Spur an der Pantel. Ist das okay? Ist alles okay? Ja. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Künstler bei der Arbeit. Ja. Okay. Achso, wir wollten ja mal dahinter abgucken. Was ist denn da? Kiek mal ein Radio. Schalten Sie ein Radio ein, um Gegner abzulenken. Den möchte ich nicht. Was ist jetzt der? Ich bin da. Ich bin da. Ich wiederhole. Niemand wird seine Zielpersonen während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder verstummt. Zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Eine Verbrechung. Wenn wir das hier verstanden haben, arbeitet Sie nicht wieder in dieser Runde. Das wäre alles. Abreden. Ich bin da rein. Rein, 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 rein. Den nehmen wir rein. Sie sind jetzt versteckt. Wenn Ihre Gegner Sie nicht beim Betreten gesehen haben, sind Sie sicher. Selbst wenn Sie nach draußen spähen. Wie bleibt der jetzt da stehen? Mann, kleiner Bruder, der neue Boss ist knallhart. Wie geschaffen für den Job. Mit seinem schicken Anzug und seinen italienischen Schuhen. Ein Top-Mann für eine Top-Guard. So, den haben wir jetzt erst mal. Oh, nichts hier. Ich hole die Feiermami. Ja, jetzt haben wir jemanden getötet, äh, den wir nicht hätten töten müssen. Ist ja auch schön zu sagen. Die Feiermami ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Oh, da, deine Mami. Was ist das denn hier? Ich tue die Musik schon. Warum kann ich die nicht nehmen? Oh, guck mal, da ist Schlaftblind. Genug von entfernt uns ja. Okay. Ja, wieso kann ich das nicht? Hm, na, okay. Dann gehe ich mal rein. Roten-Kopf-Logo und drunter stand Merke's Littin. So, warte mal. Und die Zähne? Ja, der Typ. Oh, der kommt gleich. Den müssen wir gleich kalt machen, Mami. Hey, deine Hose ist offen, wenn das der Sergeant sieht. Der Container ist jetzt voll. Sie können keine weiteren Opfer mehr verstecken. Ihr Notebook verrät Ihnen Ihre Punkte und die nächste Freischaltung. Okay. Laut ICA-Abteilungsleiter... Ja, schnurrt. Technik, bereits frisch über diesen Kontrollen. Gut, mal. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler... ...einfach mal wieder durchlesen, wer es möchte. ...wichtige Aktivposten der Agents jetzt weiter. So, wo ist man denn... Aha, okay. Wo ist denn da hin? Ah ja. Kicken wir eine an. Machen wir mal auf. So. Zugang gefunden. Nähere mich der Zielperson. Diana finden sie. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht. Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Was ist denn das hier? Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Ja, deine Mutter zurückdrückt. Okay. Na gut, hier scheint nichts zu sein. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Oh, da ist er. Oh, da ist er. Ich soll sie töten. Warum haben Sie das getan? 47? Was ist los mit den Dingen? Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst Sie, 47. Wir... Wir hatten einmal die Ehre... Diana, ich... Nein. Ich hätte Sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt... Noch haben Sie eine Chance. Im... Im Bademantel... Da ist ein... Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte... Sie darf nicht werden wie Sie. Versprechen Sie es? Ich verspreche es. So, weiter geht's. Diana finden. Umschalten, um zu sprinten. Laufen macht Krach und erleichtert es ihren Gegnern, sie zu orten. Ja. Ja, von mir aus. Was haben wir hier noch? Oh Gott. Das wäre halt durchsprinten und machen. Ist ja noch Oh Gott. Agent 47 kann seine Gegner schnell und präzise ausschalten. Wie Sie sehen, haben Sie durch die Konzentration auf Ihre Gegner rasch Instinkt aufgebaut. Drehen Sie die Kamera, um den Gegner anzuvisieren und arretieren Sie dann den Schuss. Tödlicher Schaden. Konzentrieren Sie sich auf den nächsten Gegner. Tödlicher Schaden. Alle Gegner erledigt. Bäm. Das ist mega geil. Die Fähigkeit. Ich muss mich einfach alle einfach wegschieben. So, jetzt können wir ja wieder... ...sicher. Oh, gibt's sonst noch was? Nee, wa? Nee. Gut. Gehen wir da jetzt mal rein. Dann müssen wir erst noch knacken. Okay. Weißt du, wer ich bin? Natürlich. Sie ist tot, nicht wahr? Komm, und bleib dich bei mir. Wohin gehen wir? Frag doch nicht immer gleich so... Das scheint er nicht zu wollen. Was machen Sie da? Warum will die Agency dich? Ich weiß nicht, ich schätze ich... Darin ist für dich gestorben. Wieso? Bitte. Sie war meine einzige Freundin. Sie hat mich von den Ärzten befreit. Erzähl mir von den Ärzten. Ich kann mich kaum mehr erinnern. Es ist wie in einem bösen Traum. Wieso? Das kriege ich noch raus. Ich finde den so geil, der Hitman. Sir, hier ist niemand. Unser Mann scheint sich abgesetzt zu haben. Verdammt. Das hatte ich befürchtet. Setzen Sie sämtliche Agenten auf ihn an. Hören Sie, Jade. Finden Sie 47, bevor er uns durch die Maschen schlüpft. Alle klar. Wir sind Profi. Mit 10.000 Punkten. Mein persönlicher Auftrag. Boah, mir kraft die Nase. Zweimal nichts hier, Todesfall. Aber ich muss gleich niesen. Oder? Nee, doch nicht. So. Das haben wir alles nicht gefunden, oder was? Nee, scheinbar nicht. Ansonsten haben wir hier eine ganze Menge. Aber gehen wir mal weiter. Du musst wachsam sein. Die Agency kennt meine Verstecker und sie werden nach uns suchen. Das ist der sicherste Ort, den ich kenne. Kann ich mitkommen? Versteck dich. Bis ich weiß, was los ist. Oh, Sie haben mich angerufen? Oh, du musst Victoria sein. Komm rein, mein Kind. Danke für Ihre Hilfe. Das Mädchen ist wichtig. Nehmen Sie das. Wir werden gut auf Sie aufpassen, mein Sohn. Diana sagt, du brauchst diese Kette. Verliere sie nicht. Kommen Sie wieder? Ich beobachte dich. Das ist ja ein nettes Viertel hier. Perfekt für so eine kleine. Und für so ein Nonnenhaus. Ganz ehrlich. 3750 die Nacht. Keine Partys. Hallo? Birdie. Wir müssen reden. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus, mein Freund. Ehrlich. Ich bewundere einen Mann, der die Hand abbeißt, die ihn füttert. Ich nehme mal an, dass Sie Informationen brauchen und ich kann sie Ihnen vielleicht auch geben. Aber zuerst müssen Sie was für mich tun. Hören Sie zu? Cool. Da ist doch dieser neureiche Schnösel, der sich selbst König von Chinatown nennt. Und das Statement ist nicht so sein Ding. Und es wäre schön, wenn er mal abtreten würde, wenn Sie verstehen, was ich meine. Dieser König residiert in der Pagode mitten in der Stadt, abgeschirmt von einer Armee korrupter Cops. Er verlässt nie seine Deckung, außer er trifft sich mit seinem Dealer in einer Bude über dem Platz. Außerdem hat er so ein Angeberauto aus Europa in einer Seitenstraße geparkt. Mehr weiß ich nicht, Mann. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind, okay? So, sind wir jetzt bereit? Ja, wir melden uns das nächste Mal in der nächsten Folge von Hitman Absolution. Denn ich beende jetzt hier, denn das ist schon eine neue Mission. Die nicht mehr in diese Aufnahme kommt, sondern in die nächste Folge. Und, ach, eine kleine Weisheit, diesmal eine ganz kurze. In manchen Momenten sollte man vielleicht erst denken. Und dann denken. Damit verabschiede ich mich von euch. Bis dahin. Bleibt geschmeidig.